Beuten Sie eine unerschöpfliche Goldgrube aus? Lizenzen. Erfahren Sie, wie Sie mit 10% Kapitaleinsatz 90% Ertrag erwirtschaften. Mit Lizenzen. Erfahren Sie, wie Sie den Königsweg zur Beschaffung von Finanzierungen nutzen können. Mit Lizenzen. Erfahren Sie, wie einfach es ist, beim Franchise eine Win-Win-Situation herzustellen. Mit Lizenzen. Informieren Sie sich über eine der genialsten Methoden, mehr Geld zu machen, Finanzierung für Ihre unternehmerischen Investitionen zu sichern und Ihre wirtschaftliche Existenz nachhaltig auf ein solides Fundament zu stellen. Das Zauberwort heißt Lizenzen. Lassen Sie sich eine der genialsten Geldbeschaffungsmethoden zeigen, die es zurzeit gibt. Eine Methode, an die die meisten Menschen gar nicht denken. Und dennoch für so gut wie alle ideal geeignet ist. Unabhängig von Ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage oder gar Ihrer Schufa-Auskunft, werden Lizenzen Unmengen an Geld in Ihrer Kasse spülen. Vorausgesetzt, Sie kennen alle Kniffe, Tricks und versteckten Fallgruben, auf die es zu achten gilt. Keine Bange. Mein Ratgeber, Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen, verrät Ihnen alles, was Sie wissen und vor allem, was Sie beachten müssen. Verdienen Sie mit dem Verkauf von Urheberrechten jede Menge Geld. In meinem Ratgeber, Geld beschaffen oder verdienen mit Lizenzen, zeige ich Ihnen haargenau, wie Sie zum Beispiel mit einem 10-prozentigen Kapitaleinsatz über Lizenzen 90% Ertrag erreichen können. Sitzen Sie finanziell nie mehr auf dem Trocknen. Erst recht nicht bei der Finanzierung Ihrer unternehmerischen Projekte. Lassen Sie sich nicht länger von den Banken beherrschen. Beherrschen Sie lieber den Umgang mit Lizenzen. Denn die sind weitaus bessere Alternativen zum Bankkredit. Und Sie können sogar dann von dieser Finanzierungsart profitieren, wenn Sie zum Beispiel wegen der Schufa bei den Geldinstituten eh keine Chance hätten. Erfahren Sie, warum Lizenzen im Franchise für alle Beteiligten Vorteile bringen. Eine der klassischen Beispiele für Lizenzen und ihre Nutzen sind Franchise-Systeme wie McDonalds oder Ikea. Richtig aufgezogen haben alle Beteiligten ihre ganz speziellen Vorteile. Wie Sie das Projekt Franchise richtig angehen, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Manchmal sind es die neuen Wege, die sich schneller ans Ziel führen. Dieser Reitgeber zeigt sie Ihnen alle. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos finden Sie den direkten Link dorthin. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher untuk Sie eine Leitgeberin anbelangereue.